Matthias, ein Hunder? Oh, lecker. Das ist schon toll. Also von dem blickt keiner ein. Na toll. Was auch noch? Voll ist wichtig. Ich glaube, wir stellen das wirklich mal an. Oh, oh. Enjoy. Danke. Sieht ihr das mit dem Schwein? Fassbar. Nein, ich esse das nicht von dem Teller, weil sonst kann ja keiner mehr von dem Fleisch aus. Achtung. Fang von uns. Alles gut. Jesus. Ich mag's ja. Oh, wow. Danke so much.